Liken, Bewerten und Abo dalassen. Das sind jetzt eure Aufgaben. Servus und willkommen zurück in der Bundesfirmanstalt zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum heutigen Monatsupdate für März 2024. Der März ist auch schon wieder vorbei. Wir haben April und wir haben Ostern heute tatsächlich. Es ist schon Ostern, meine Güte. Vielleicht hat der eine oder andere von euch jetzt ein langes Wochenende. Ich, bei mir zumindest, ist es der Fall, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele auch an Feiertagen usw. arbeiten dürfen, müssen, wie auch immer. Ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe selbst lang genug im Schichtbetrieb gearbeitet. Ist nicht immer angenehm, aber ja, so ist es leider manchmal. Und auf jeden Fall schauen wir uns heute in diesem Video meine Neuzugänge an für den Monat März. Ich glaube, das wird ganz wunderbar. Es ist ein bisschen was. Ja, ein bisschen was. Es ist schon. Wir haben auch ein paar Media Books wieder mit dabei. Eine Figur. Ja, die habe ich ja in einem der letzten Videos schon gezeigt. Es sind auch ein paar Schallblatten wieder mit dazu gekommen. Tatsächlich. Also, macht es euch gemütlich. Holt es euch einen Kaffee und einen Kuchen und was auch immer. Ja, und macht es euch gemütlich. Setzt euch da hin und na. Könnt ihr begutachten, was die Anstalt sich da so besorgt hat. Quasi. Ja, ich würde sagen, ohne große Umschweife legen wir einfach einmal los. Und wie so viele wahrscheinlich. Wir machen jetzt erst einmal die Kip-Cases. Einfach einmal die Kip-Cases. Da haben wir geholt natürlich SawX. Ja, den aktuellsten, schon zehnten Ableger der Saw-Reihe. Ja, der ja zeitlich irgendwie angesiedelt ist. So zwischen Teil 1 und 2 oder Teil 2 und 3. Also irgendwo zwischen Teil 1 und 3. Ja, weil wir wissen ja alle, Chicksar stirbt ja eigentlich im dritten Teil schon. Und das ist ja alles teilweise ein bisschen Hanebüchen, was da nachgekommen ist. Und der letzte Film, Spiral, der gehört ja eigentlich sowieso nicht so wirklich zur Reihe. Und war ja eher ein bisschen was anderes. Und Chicksar, ja, der war okay. Also der achte Film. Und aber weil natürlich das Franchise wahrscheinlich eins der bestlaufendsten Horror-Franchises aller Zeiten ist. Und ich meine, Saw hat halt einfach mal brutales Gegröße Mainstream-tauglich gemacht. Es geht natürlich weiter. Und da wird mit Sicherheit auch noch ein Elfter-Teil kommen. Da bin ich absolut sicher. Ich habe mir den jetzt nur, ich meine, einige haben sich das Mediabook geholt. Ich sage mir die Mediabooks nicht. Ich habe die alle im Keepcase. Ich habe die ja euch schon mal gezeigt. Und es gibt ja auch nur in den Keepcases von Teil 3 hier die Unrated-Fassung auf Blu-ray, die ich bevorzuge gegenüber dem Directors Cut. Und jetzt habe ich mir den heute auch nur auf Blu-ray. Entschuldigung, ich glaube, die 4K kostet über 30 Euro. Das gebe ich nicht aus. Es tut mir leid. Nein, das mache ich nicht. Ich gebe kein 30 Euro. 30 Euro für 4K Keepcase aus. Falls euch inzwischen komplett im Schädel. Das mache ich nicht. Ich bin doch nicht komplett behindert. Er hat 30 Euro. Der hat jetzt, was weiß ich, 15 oder was kann ich. Normale Blu-ray hat halt. 15 Euro. Scheiß drauf. Passt. Hat Dolby Atmos-Ton. Super Bild. Ist super. Und mir hat der Film tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also der war wirklich, spielt er irgendwie da in Mexiko oder was. Und ist einmal ganz nett, weil was ich jetzt bei dem so super fand, ist, dass praktisch schon mal die Delinquenten direkt persönlich gegen Chicksal antreten. Persönlich. In einem schönen Finale und so. Das fand ich super. Das hat mir richtig gut gefallen. Ein paar nette Fäulen wieder dabei. Ein paar nette Effekte dabei. Also ich fand ihn gut. Mir hat er gefallen. So Ex im Kipcase. Ja, super Sache. Fand ich gut. Sehr schön. Kann ich Ihnen empfehlen. So geht eigentlich immer. Dann. Im Sinne meiner Nastassja-Kinsky-Recherche quasi. Ich bin ja im letzten Monat so ein bisschen auf Nastassja-Kinsky gestoßen. Ihr könnt euch erinnern, ich habe ein Video gemacht zu dieser Tatort-Thematik. Ein Video, das nicht bei jedem sehr gut angekommen ist. Aber so ist es halt mit kontroversen Themen. Da kann man unterschiedliche Meinungen dazu haben. Das ist auch nicht allzu schlimm. Das Gute ist, ich bin jetzt einmal draufgekommen, mich da ein bisschen genauer mit... Oder ist die Lurie noch im Player oder was? ...mit Kinsky-Filmen zu beschäftigen. Und so habe ich mir in diesem Monat noch einen recht bekannten, vielleicht den bekanntesten überhaupt, Horror-Thriller besorgt mit Nastassja-Kinsky und Malcolm McDowell, Katzenmenschen. Und das Cover ist recht unscheinbar, muss ich tatsächlich sagen, für den Film. Und der hat mir aber tatsächlich, hinten steht drauf, eine Perle des Horror-Genres. Da geht es praktisch um zwei Geschwister, also Malcolm McDowell und Nastassja-Kinsky. Und immer, wenn die irgendwie, sagen wir mal, sexuell aktiv sind, verwandeln die sich in Raubkatzen, in einen, was ist das, Leopard? Ich glaube, in einen Leoparden. Und müssen dann praktisch jemanden umbringen, um wieder ihre menschliche Gestalt zu erlangen. Und das ist eigentlich cool. Hat mir gefallen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat ein paar ganz blutige Szenen tatsächlich dabei. Also da wird schon mal ein Arm abgenagt oder sowas. Und er hat natürlich auch ein bisschen Drama und Emotionen. Und weil die verliebt sich ja auch da in so einen Zootypen da. Und ist natürlich blöd. Und das ist auch die ganze Situation, ist ein bisschen blöd. Mit insofern so ein bisschen ein Horror-Thriller mit Erotik-Elementen. Natürlich ist Nastassja-Kinsky auch bei Katzenmenschen nachzusehen. Ich glaube, es gibt keinen Film von Nastassja-Kinsky, den ganzen Film überangezogen ist. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe da auch noch nicht alle Nastassja-Kinsky-Filme gesehen. Deswegen aber Katzenmenschen. Sehr, sehr gut. Ist ein sehr, sehr schöner Horror-Thriller. Und kann ich euch absolut empfehlen. Der ist richtig gut. Also ein richtig starker Film. Genau, sehr schön. Dann, den habe ich mir jetzt. Der war glaube ich in Amazon da irgendwie im Angebot. Den hat mir der Dr. Greenthumb empfohlen. Grüße gehen raus. Vielen Dank dafür. Weil das ist auch so ein Sci-Fi-Trash-Gedöns. Wahrscheinlich. Ja. Geh mal davon aus. Irgendwie eine Raummission. Und die machen da. Was machen die da? Auf einmal gibt es da Leichen. Und eine verführerische Frau im Tiefschlaf. Und Blutsaugung der Aliens. Und es wird... Ich meine, schaut euch mal das Cover da an. Die sind da an Raketen dran gebunden. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht sensieren, YouTube. Oder? Ich meine, ernsthaft jetzt. Das brauche ich jetzt nicht sensieren. Geh? Life Force. Die tödliche Bedrohung von NSM Records. Uncut. Ja, also voll uncut. Ich meine, das schaut ja schon recht vielversprechend aus, oder? Ich glaube schon. Können Sie sich durchlesen, um was es geht. Ein paar Bilder haben wir da. Da sieht man jetzt noch nicht allzu viel. Ja, ist sie da? Ist sie ein Alien oder was? Aber ich mag halt diese... Ich mag diese Sci-Fi-Trash-Gedöns. Die mag ich richtig gern. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Life Force eine coole Sache ist. Und da passt auch der nächste Film dazu. Den habe ich vom lieben Häusnerritter zu Ostern quasi bekommen. Und da habe ich einfach so ein ganz unverhofftes Paket bekommen vom Häusnerritter. Da habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Und der kennt mich natürlich. Ja, der kennt mich natürlich, der Häusnerritter. Ja, und der weiß natürlich, was ich sehen möchte hier von M-Square. Weil, schaut euch das an. Gefangene im Weltraum. Ein erbarmungsloser Kampf in den Tiefen des Eis. Schaut euch mal an. Und da ist das Mädel da vorne rauf. Hintergrund fliegen Raumschiffe rum und Zeug. Und die steht da und schießt mit der Laserpistole. Und die ist da irgendwo angehängt. Und da hinten explodiert irgendwas. Und das ist doch komplett krank, oder? Also ich meine... Das ist ja super. Und auch da, da gibt es da Aliens. Oder was ist denn das? Die sind auf irgendeinem Planeten. Und da gibt es Rebellen. Und ein Zuchthausraumschiff. Und eine sadistische Lagerleiterin. Ja, hau halt ab. Ich meine, es ist ja... Leute, ich meine, schaut euch mal das an. Das ist ja... Ich denke, was nach 25-jähriger Indizierung... Es ist ja... Mein Gott, Leute, das ist kompletter Wahnsinn. Ja, also der wird... Das wird super einfach. Gefangene im Weltraum. Vielen Dank, Heusenritter. Ja, das ist ja... Meine Bitte. Herrlich, herrlich ist es. Ich mag sowas. Mögt ihr auch so Sci-Fi-Trash-Gedöns mit leicht begleiteten Damen? Ich finde das immer super. Das ist immer sehr unterhaltsam. Ja, ich finde Monster, Viecher da... Das ist immer sehr, sehr schön. Dann gehen wir mal zu den Metabox. Ich will sagen, oder? Ein paar Metabox haben wir auch gekauft. Es war irgendwie Osteraktion. Es sind ja dauernd irgendwelche Aktionen bei diversen Labelshops. Und bei Play & Pictures war auch Aktion. Da habe ich mir zwei Stück geholt. Die wollte ich eh haben. Das ist einmal... Und die haben die meisten inzwischen wahrscheinlich schon. Return of the Living Dead Part 2. Und zwar in dem gezeichneten Cover. Weil mir da tatsächlich die gezeichneten sehr, sehr gut gefallen haben. Beide. Muss ich sagen. Also Return of the Living Dead Part 2. Im gezeichneten Cover-Motiv. Sehr, sehr schön. Also bin ich gespannt. Ich kenne die Filme tatsächlich noch nicht. Die haben ja einen absoluten Kultstarts. Ich habe die noch nie gesehen. Shame on me. Shame on me. Aber es ist so. Ja. Schönes Metabox. Und passend dazu natürlich auch im gezeichneten Cover. Das schaut super aus. Ich meine, schaut euch das mal an. Mir gefällt das richtig gut. Ist ein toller Zeichenstil. Auch von der Farbe her. Werden ja das erste so ein bisschen in blau gehalten. Es ist das da. So lila, pink, rosa, was weiß ich. Return of the Living Dead 3. Ja. Wie gesagt, ich kenne die noch nicht. Ich kenne die noch überhaupt nicht. Es ist der Wahnsinn. Ich kenne die echt nicht. Ihre, oder? Aber ja. Deswegen wollen wir die jetzt Kult. Die haben wir dann glaube ich 25 Euro oder was kostet im Angebot. Dann habe ich gesagt, komm, dann schlags zu. Also in Nürnberg auf der Börse sind die teilweise für 35 Euro rumgelegen. Aber für den Preis hätte ich es eh nicht mitgenommen. Aber da kommt bestimmt ein Angebot. Und was ist es? Und man hat ja bei Playon ist es ja normalerweise so, dass die meisten Sachen sind nicht besonders schnell ausverkauft. Also da muss man jetzt nicht wieder verrückter dann kaufen. Weil die sind ja auch nicht durchnummeriert oder sonst irgendwas. Also da kann man in aller Ruhe normalerweise. Also es sind ein paar spezielle Sachen. Ja, muss man sich jetzt nicht super sputen, dass man die kriegt. Ja, also von daher. Passt es auf jeden Fall. So, dann. Auch wieder im Rahmen meiner Nastassia-Kinski-Recherche quasi. Ein Mediobook aus der Hammer Edition von Anolis. Die sammle ich ja sowieso. Und der Titel hat mir auch noch gefehlt. Und da habe ich mir jetzt besorgt, die Braut des Satans. Das habe ich noch für einen relativ guten Kurs hier in dem Cover bei Amazon tatsächlich gekriegt. Mit eben Nastassia-Kinski und Christopher Lee, die Braut des Satans aus mir 76. Und das Ganze ist so ein okkulter Sekten-Teufels-Beschwörungs-Gedöns-Film, der Spaß macht auf jeden Fall. Also mir hat er gefallen. Christopher Lee mag ja sowieso. Und ja, Nastassia-Kinski haben wir natürlich hier wieder mit dabei. Und tatsächlich, ich meine, der Film ist ein Jahr vor dem Reifezeugnis entstanden. Also vor dem skandalösen Tatort. Ja. Und da ist Nastassia-Kinski auch nackt zu sehen. Das war komplett nackt zu sehen. Nur kurz. Kurze Szene. Die hätte man natürlich eigentlich theoretisch abweglassen können, weil die für einen Film eigentlich gar nicht wirklich relevant ist. Aber es ist halt so. Aber da ist eigentlich mehr zu sehen als im Tatort. Aber okay. Der Film ist aber gut. Und ja. Wer ein Fan der Hammer-Filme ist. Wie gesagt, ich sammle die Reihe sowieso. Deswegen war der eh fähig. Und jetzt habe ich ihn halt vorgezogen, weil es gerade thematisch jetzt bei mir so reingepasst hat. Quasi. So. Dann habe ich was gekauft bei Wicked Vision. Zwei Titel, die ihr eh haben wollt. Und zwei, die ihr wahrscheinlich eigentlich eher nicht haben wollt. Aber die waren halt billig. Deswegen. Einmal natürlich hier. Ich bin großer Vincent Price-Fan. Das heißt, Vincent Price-Titel muss ich eigentlich immer holen. Mit Nancy Kovac und eben Vincent Price-Tagebuch eines. Murder's Diary of a Madman. Und das Ganze ist ja so, ja, wie soll ich sagen. Der ist halt besessen von so einem Geist. Einem Horla. Ja, das ist ja eine Verfilmung von einer Novelle von einem Franzosen da. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Und der ist da besessen. Und wird zu schlimmen Taten von ihm genötigt. Ja. Hat eine ganz schöne Atmosphäre. Natürlich. Ich meine, es gibt bessere Filme mit Vincent Price. Aber er hat mich sehr gut unterhalten. Und ist schon atmosphärisch wieder sehr, sehr gut gemacht. Gute Ausstattung wieder auf der Blu-Ray. Und schönes Bookcap mit dabei. Und wieder auf jeden Fall sehr schöne Edition. Cover gefällt mir auch. Also das passt. Kürzen natürlich in die Sammlung rein. Wenn man, wenn es den Price mag. Wenn man die Filme mag. Und dann haben wir aus der Pete Walker Collection. Die Nummer 7 aus der Pete Walker Collection. Die habe ich leider noch nicht gesehen. Das ist Shizu. Amok. Oder Shizu. Oder ja, eins von beiden. Ja, beide Titel sind wohl okay. Ja, aber alle Cover nicht so recht angesprochen. Das ist jetzt das C-Cover. Aber das, ja, ist noch ganz okay da mit der Hand. Mit dem Amok ist natürlich immer gut. Ja, Shizu klingt aber auch gut. Mit dem Handschuh. Und da ist sie, spiegelt sich da in dem Fleischermesser. Wo sie dann wahrscheinlich bald zagt wird. Europäische HD Premiere. Gut, der hat der FSK 16. Der wird jetzt nicht zu wild sein wahrscheinlich. Vermute jetzt einmal. Wenn Sie mal durchlesen, um was es geht. Aber ich mag eigentlich die Pete Walker Filme ganz gerne. Nein, deswegen bin ich gespannt drauf. Genau. Dann haben wir, ja, dann haben wir ja zwei. Das wird wahrscheinlich klumpert sein. Ja, keine Ahnung. Die waren halt im Angebot. Und ich habe mir gedacht, naja, komm, erbarmst die jetzt. Die haben sich jetzt schon so lange und so oft im Angebot gehabt. Und keiner will es kaufen. Den Odl. Aus der Rawside-Reihe da. Die es auch bei Wicked gibt. Ich weiß nicht, es ist ein eigenes Label. Oder die einfach eben verarbeiten, die ja irgendwie mit Wicked haben. Weil die MBs sind die gleichen. Und ja, keine Ahnung. Icecream Truck. Rawside. Rawside habe ich eigentlich nur, ich glaube, die sind Snuff-Tapes. Weißt du ja so. Also, wo die Nacken, die vorn drauf ist. Ich weiß, dass das Cover cool ist, weil der Film war überhaupt nicht cool. Aber nicht wirklich, ja, zumindest. Icecream Truck. Auch hier, das Cover ist eigentlich cool. Das ist Cover C. Und da hat man diese Eiskugel, wo das Blut runterrinnt. Und unten, das ist eigentlich kein Waffelhörnchen, sondern ein Messer. Oder, ja, es schaut schon cool aus. Und das Auto dazu, das wird halt irgend so ein Slasher-Gedönster sein. Keine Ahnung. Was weiß ich. Ist doch egal. Irgend so ein ranziger Slasher. Wahrscheinlich. Ja, ich wurde schon vorgewarnt, dass der Film und auch der andere wahrscheinlich nicht so gut sind. Aber, ja, es macht nicht. Ich kann noch sehen, was so ist. Ja, aber dann ist zumindest das Cover cool. Das ist cool, ja. Und dann haben wir irgendwie, das ist sowas mit Kannibalen, Mörder, Gedönste, irgendwie, was weiß ich. Wrong-Turn-Zeug. Irgendwelche Leute werden gegessen. Ach, ich habe keine Ahnung. Sonny. 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 The Flash of... Flash of was? Man. The Flash of Man. Ja, es ist aber kein Man, oder? Also, weiß ich jetzt nicht. Aber es schaut jetzt nicht aus wie ein Man. Reiserisches Cover natürlich, ja. Wer weiß, was mit der passiert. Ja, es ist irgendwer, was weiß ich, Hinterwettler, Serienkiller, Kannibalen, Mörder, Monster, was weiß ich, durch ins Zeug. Da sieht man vielleicht so ein bisschen auf die Bildeln auch. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, ob die doch cool sind oder ob die ganz furchtbar sind. Ich weiß es nicht. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann war ich noch auf der Börse in Nürnberg. Da habe ich eigentlich ein Video dazu gemacht. Ich mache es jetzt ganz schnell zur Vollständigkeit. Zeige ich noch ganz kurz, was ich auf der Börse gekauft habe. Ansonsten, wenn Sie es genauer sehen wollen, schaut euch das Börsenvideo an. Da haben wir einmal hier die Out-of-Print-Bru-Way zu CopyKirmits, Iconi Weaver und Holly Hunter. Super geiler Thriller. Kann ich sehr empfehlen. Wir haben das Steelbook zu The First Perch zum günstigen Preis von 10 Euro. Eine OVP. Ja, sehr, sehr gut. Wir haben das Steelbook zu Rare Exports für 10 Euro. Und wir haben dieses sehr, sehr schöne Cover, was ist das, D oder was, zu Machine Girl. The Machine Girl. Schönes Cover. Das war exklusiv in der One-Click-Box drin. Das hat es einzeln überhaupt nicht gegeben. Habe ich Glück gehabt. Die haben sofort zur Box zerrupft. Aus welchen Gründen auch immer. Um die Cover zu verkaufen. Ich habe es mir geholt. Weil das ist einfach das geilste Cover davon. Ich mag den Film und das Cover ist super. Habe ich Glück gehabt und einmal frei. So passt das. Wie gesagt, genaueres dazu im Video von der Filmbörse. Ich schaue mal, verlinke es euch unten oder was. Und dann habe ich mir noch mitgenommen, die, weil ich da schon Jahre drum herumschleiche, um die Edition. Ich bin großer Event Horizon-Fan. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Und das ist die alte, schöne DVD-2D-Collector-Edition. Die gibt es ja schon Ewigkeiten. Diese schöne Box da, wo die Discs drin sind. Sogar noch original verpackt. Zum guten Preis bekommen. Ja, schöne Edition. So, das auf der Börse mitgenommen. Dann, 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 dann. Habe ich euch im letzten Video, vorletzten Video, weiß ich jetzt nicht genau. Aber in einem der letzten Videos habe ich euch diese schöne Figur gezeigt. Oder Büste oder was auch immer. House by the Cemetery, das ist natürlich Dr. Freudstein. Genau, Dr. Freudstein von House by the Cemetery, Haus an der Friedhofsmauer. In dieser Trick or Treat Studios Büste. Von denen ich ja schon noch zwei habe, die da hinten stehen. Ja, die sind natürlich jetzt nicht gescheit. Aber da gibt es, zu den Büsten gibt es Videos auf dem Kanal. Schaut euch die einmal an. Die sind nämlich sehr, sehr schön. Und wenn man die Filme mag und wenn man das cool findet, sehr detailig gearbeitet, sehr schön. Schaut euch das Unboxing wieder dazu an. Das ist wirklich super cool. Habe ich mir geleistet. Zwei Figuren filmen jetzt noch. Die holen wir natürlich auch noch in den nächsten Monaten. Ich zeige mir schnell die Box. So schaut die aus. Cool, da ist das Viech drauf. Hinten ist das Viech drauf. Ja, super Box. Alles schicki, schicki, schicki. Ja, hervorragend. Also, Figuren haben wir auch nur gekauft. Und jetzt hat es in dem Monat auch einmal wieder schön Schallplatten gegeben. Und zwar eine, auf die ich schon ewig warte, weil ich die ewig vorbestellt habe. Wirklich sehr lange vorbestellt. Letztes Jahr irgendwann habe ich die vorbestellt. Ich weiß nicht mehr genau wann. Aber letztes Jahr, das hat ewig gedauert und wurde verschoben und wurde verschoben und wurde verschoben. Ich habe die bei einem Berliner Plattenladenhändler bestellt. Wie heißen jetzt die wieder? Fällt mir der Name nicht ein. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall der japanische Original Motion Picture Soundtrack zu Godzilla Minus One. Also, das ist der Japan-Import. Das ist die japanische Pressung. Ja, war sehr teuer. War exorbitant teuer. Ja, aber ich wollte es natürlich haben, weil natürlich Godzilla Minus One hat mir im Kino völlig geflasht. Der Film, der hat mir eben ein Schautzeug den Godzilla an. Es ist einfach so geil. Es ist so ein geiler Film. Leute, es ist der Oberhammer. Und ich wollte natürlich da auf jeden Fall den Soundtrack dazu haben. Und jetzt habe ich ihn endlich nach. Was weiß ich, im Vierteljahr oder noch länger. Was weiß ich. Ist er endlich angekommen. Godzilla Minus One als Schallblatte. Sehr, sehr schön. Ja, und dann habe ich hier noch, auch ziemlich frisch bekommen, die, wo ist das hier? The Dune Sketchbook. Ja, bei Hans Zimmer. Ja, das hier ist, ich glaube, drei Platten sind das. Ich glaube, ja, es sind drei oder es sind sogar vier. Ich glaube, es sind drei. Ja, super schön. Ja, super schön. Das da oben ist Gold Prägung drauf. Super geiles Motiv. Und in meinen Dune hat mir extrem gut gefallen. Die, von Denis Villeneuve, die neue Interpretation. Sowohl Teil 1 als auch Teil 2 war der absolute Oberknaller. Und der Soundtrack von Hans Zimmer ist natürlich auch absolut großartig. Ich habe leider nicht mehr die Auflage mit den kolorierten Platten bekommen. Da hat es auch eine mit kolorierten gegeben. Das ist jetzt die mit den, einfach mit den ganz normalen schwarzen. Ja, ich meine ja, Puristen, die stehen sowieso auf die schwarzen Platten. Die wollen die bunten eh nicht haben, weil sie sagen, die klingen anders. Keine Ahnung, weiß nicht. Ich höre da keinen Unterschied. Die bunten sind halt cool. Ja, es ist natürlich wurscht, ob ich die Musik jetzt auf die schwarzen oder auf die bunten höre. Und meistens sind sie in der Hülle drin. Und eigentlich ist es wurscht. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich den noch gekriegt habe. Die Ebay-Preise gehen schon recht steil. Deswegen, ja, ich meine, klar, kommt natürlich wieder aus dem Ausland. Weiß gar nicht, was das ist USA oder was. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall natürlich dann wieder Zoll und Märchen steuern. Dann wird es eh relativ teuer. Das ist immer ein Problem. Aber wie gesagt, den Tune-Soundtrack da wollte ich auf jeden Fall unbedingt haben. Ja, superschön. So, das war mein Monats-Update für März 2024. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Hat euch gefallen. Und vielleicht war das eine oder andere für euch auch interessant. Könnte ja sein. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt es mir gerne generell eure Meinung zu diesen Filmen, zur Musik, zu was auch immer in die Kommentare. Was habt ihr euch geholt im März? Das würde mich interessieren. Und jetzt wünsche ich euch noch ein ganz wunderbares Osterfestjahr. Ja, ich hoffe, ihr habt schon fröhlich Eier gesucht oder was auch immer ihr so macht heute. Je nachdem. Und genießt es. Wenn es frei habt, genießt es die Tage. Lasst es euch gut gehen. Ja, das ist immer gut. Ich mache das auch. Und so soll es ja auch sein. Also lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Geht es dem Video gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Je nachdem, wie es euch gefallen hat. Ich verlinke euch dann da noch was zum Anschauen. Und da könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn ihr es so gemacht habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut bis dann. Ciao und Servus.